Ich habe schon so viel Kino gedreht, dann hat er ungefähr... So viel Ahnung? Ja. Ich drehe gerade einen Kinofilm. Echt? Da siehst du aber streng aus. Naja, bin ich ein SSler. Ist ja was ganz anderes als deine komödiantische Ausrichtung. Ja. Und gefällt dir das? Ja, deswegen habe ich ja mit Comedy aufgehört. Ich drehe gerade einen Bösewicht in einem Kinofilm SSler im zweiten Weltkrieg. Mit Konstantin Wecker, Gutro Landgräbe, Kai Wiesinger. Ist ein sehr geiles Projekt. Wunderkinder. Wunderkinder? Wann kommt er in die Kinos? Nächsten Herbst. Weißt du, wenn jemand von der Schauspielschule kommt, dann hat er ungefähr... So viel Ahnung? Ja. Und ich war gleichzeitig schon... Ich weiß nicht, 300 Tage vor der 35mm Kamera. Ich habe schon so viel Kino gedreht. Ich bin natürlich ja... Ich habe da viel mehr Erfahrung. Einfach... In welcher Rolle fühlst du dich wohler? Das ist ja schon eine starke Diskrepanz. Also zwischen diesem ganz komödiantischen und einem SSler zu spielen. Wo bist du als Person? Ich bin nicht witzig, Comedy habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich bin eigentlich sehr gut als Bösewicht.